Babys, geboren in einem Kriegsgebiet, bestellt von ausländischen Eltern. Es gibt sehr viel mehr unfruchtbare Patienten, als wir behandeln können. Wir haben eine sehr lange Warteliste. Hat der Kinderwunsch auch Grenzen? Nicht jeder geht so weit, ein Kind wie eine Leihmutter austragen zu lassen. Viele versuchen, in Kinderwunschkliniken Eltern zu werden. In Österreich hat jedes vierte Paar Probleme mit der Fruchtbarkeit. Man will das so sehr. Diesen Moment erleben, dass da diese zwei Striche auftauchen. Ein unterschätztes Thema. Ich mache das jetzt ungefähr seit 25 Jahren. Und in den letzten 10, 15 Jahren musste ich immer mehr Paaren, Frauen, aber auch Männern sagen, ich kann nichts mehr für sie tun. Und ein tabuisiertes Thema. Natürlich ist man geschockt. Man kennt sich überhaupt nicht aus, was macht man eigentlich mit 29 Jahren dort in einer Kinderwunschklinik, wo man eigentlich denkt, man ist durch und durch gesund. Man fühlt sich einfach total schlecht, dass man selber daran schuld ist, dass man das nicht hinbekommt. Wann wird der Kinderwunsch zur Zerreissprobe? Und werden wir immer unfruchtbarer? Ja. 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 Okay. Ja. Und jetzt? Auf das haben wir hingearbeitet. Also. Oder dass sie jetzt da ist und dass sie jetzt mit mir spielt. Dafür haben wir es gemacht. Es stellt sich nie wieder die Frage, ob ich Mama bin oder ob ich Mama werde. So, weil ich bin sie ja. Seit ich denken kann, habe ich gewusst, ich will einmal Kinder haben. Und es hat eine Zeit gegeben, wo ich mir gedacht habe, nein, jetzt sicher nicht. Und es hat auch den passenden Partner nicht gegeben. Und für mich war auch klar, ich muss erst meine Sturm-und-Drang-Phase ausleben und alles. Aber es war immer am Schirm, ich will mal Kinder haben. Also unsere Geschichte zum Baby war eigentlich so wie bei jedem Paar wahrscheinlich so. Ja, lass uns ein Baby machen. Gut. Sollte der Plan werden, einfach lassen wir es drauf ankommen, schauen wir es uns an und dann werden wir irgendwann schwanger und dann sind wir komplett. Netter Idee, aber das sollte leider nicht unser Weg werden. Am Anfang die ersten paar Versuche, die ersten paar Zyklen, ist man halt einfach so, ja, es funktioniert vielleicht nicht beim ersten Mal, egal, es braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Da denkt man sich noch nicht so viel. Aber so nach dem vierten, fünften Mal kam dann schon so dieses, Warum ist da kein zweiter Strich? Ein Dreivierteljahr probieren Lela und ihr Mann, ein Baby zu bekommen. Doch von Beginn an ist da dieses Bauchgefühl. Irgendetwas stimmt nicht. Man sieht eine Mama mit Baby, man sieht einen schwangeren Bauch und natürlich fällt es einem viel mehr auf, wenn man in der Situation ist, als man einfach sagt, ja, okay, da ist halt ein Kinderwagen. Man wünscht es sich einfach so sehr und es ist eigentlich, Kinderwunsch ist überhaupt nicht das richtige Wort für diese Situation. Es ist ab einem gewissen Zeitpunkt so eine tiefe Sehnsucht. Man will das so, so sehr, ja, diesen Moment erleben, dass da diese zwei Striche auftauchen. Zwei Fehlgeburten vor der zwölften Schwangerschaftswoche. Dann folgt der Weg in eine Kinderwunschklinik und es beginnt die Suche nach dem Warum. Der Moment, wo klar war, es wird auf natürlichem Wege nicht funktionieren, war schier. Es war die Verzweiflung groß, es hat einen Schuldigen für mich auch gebraucht. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich der Fehler bin. Und da muss man wirklich sagen, da haben sehr viele Rädchen ineinander gegriffen, die einen glücklichen Zufall herbeigeführt haben, dass wir in der Kinderwunschklinik gelandet sind. Bei einem Gentest werden Auffälligkeiten bei Lela gefunden. Ihr wird eine Infusionstherapie empfohlen. Lelas Mann möchte über den Kinderwunsch nicht vor der Kamera sprechen. Gemeinsam entscheiden sie sich aber für eine künstliche Befruchtung, auch IVF-In-Vitro-Fertilisation genannt. Dabei werden der Frau Eizellen entnommen und anschließend in einer Petrischale künstlich mit dem Samen befruchtet. Die Zahlen in den Reproduktionskliniken steigen in den vergangenen Jahren konstant. Werden Männer wie Frauen immer unfruchtbarer? Nein, klare Aussage. Wir sind mit 25 genauso gut fruchtbar wie vor, weiß nicht, 50, 60, 70 Jahren. Das ist einfach nur das Alter, was sich geändert hat. Wichtiges Detail, es geht hier um den weiblichen Körper. Man kann es auch unterbrechen, bei der Frau ist das Alter. Und beim Mann ist es vor allen Dingen der Lebensstil und die Umwelt. Denn Tatsache ist, die Spermienqualität sinkt. Aber bleiben wir zuerst bei der Frau. Der Reproduktionsmediziner hat ein Vorsorgeprogramm ins Leben gerufen. Unter anderem wird die Qualität und Quantität der Eizellen bestimmt mittels Monitoring, Ultraschall und Blutabnahme. Auch Bella hat heute einen Termin für die Besprechung ihrer Befunde. So, wir wollen uns ja heute mit dem Befund, den wir von dir ermittelt haben. Ich muss gestehen, ich habe davor halt noch gar nichts davon gehört gehabt und mich ehrlich auch nicht damit beschäftigt, weil ich bin jetzt 28 und habe mich jetzt eher so auf meine Ausbildung konzentriert, auf meine Karriere. Und ich war dann bei einer Routineuntersuchung beim Dr. Just. Und dann hat er mir halt diese blöde Frage gestellt, ja, möchtest du einmal Kinder haben? Und dann habe ich halt angefangen zu überlegen und dachte mir so, ja, aber halt nicht jetzt. Ja, die Eizelle macht diesen emanzipatorischen Weg der Frau nicht so mit. Aber ihn gibt es nun mal und darauf müssen wir reagieren. Und wenn man eine Vorsorgeuntersuchung durchführt mit 25 oder spätestens bis 32, dann hat man so viel mehr Optionen, die ich einer Patientin, aber auch einem Patient anbieten kann, als wenn sie 38 ist und ich sagen muss, es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, Sie haben nämlich keine Eizellen mehr. Im Zusammenhang mit einem unerfüllten Kinderwunsch macht sich ein neuer Trend bemerkbar. Weltweit steigen die Zahlen. Promis wie Kim Kardashian, Cameron Diaz oder auch Paris Hilton lassen ihr Kind von einer Leihmutter austragen und bezahlen dafür. In Österreich ist die Leihmutterschaft verboten, denn Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. In anderen Ländern wie Griechenland, Georgien oder auch der Ukraine ist die Leihmutterschaft erlaubt. Besonders die Ukraine ist beliebt. Sie hat eines der liberalsten Leihmutterschaftsgesetze in Europa. Eine kommerzielle Leihmutterschaft in Kombination mit Ei- und Samenspenden ist dort erlaubt. Startet man eine Google-Recherche, stösst man schnell auf Biodex.com, einen der grössten Anbieter für Leihmutterschaft weltweit, mit Hauptsitz in Kiew. Babys als Ware? Stolz werden sie auf der Webseite präsentiert. Ein Kind bestellt aus einem Kriegsgebiet. Eigentlich kaum zu glauben, denn in der Ukraine herrscht noch immer Krieg. Es ist eine unberechenbare Situation und trotzdem werden hier von ausländischen Eltern weiter Kinder bestellt. Auch von österreichischen Paaren. Seit 2009 befindet sich am Rande von Kiew die Klinik von Biodex.com. Hier gibt es verschiedene Angebote der Reproduktionsmedizin. Von Eizellenspende bis zur Leihmutterschaft. Doch nur ausländische Paare können die Dienste von Biodex.com in Anspruch nehmen. Die Nachfrage nach Leihmutterschaft steigt in den vergangenen Jahren weltweit kontinuierlich an. 2022 werden in der Ukraine zwischen 2000 und 2500 Babys von Leihmüttern geboren. Grund für die Beliebtheit der Ukraine. Sie ist vergleichsweise günstig. Ein Baby kostet zwischen 40.000 und 65.000 Euro. Ausserdem bekommt ein Kind, das von einer ukrainischen Leihmutter ausgetragen wird, noch in der Ukraine die Staatsbürgerschaft der Wunscheltern. Eine wichtige juristische Hürde. Denn der Zugang zum Kind via Leihmutter ist in vielen Ländern beschränkt. Für österreichische Paare bedeutet das, sie werden in Kiew als rechtliche Eltern in die Geburtsurkunde eingetragen. Und ihr Kind bekommt auf der österreichischen Botschaft in Kiew die österreichische Staatsbürgerschaft. Dies ist aber erst seit 2019 der Fall. Im Kriegsjahr 2022 haben ganze 30 Paare aus Österreich ihre Babys abgeholt. Wir können die Nachfrage momentan gar nicht befriedigen, weil es so viele gibt, die am Leihmütterprogramm teilnehmen wollen. Es gibt sehr viel mehr unfruchtbare Patienten, als wir behandeln können. Wir haben eine sehr lange Warteliste. Die Anfragen steigen, trotz Krieg. Seit Beginn des Krieges wurden bei Biotex.com 600 Babys geboren. Am schlimmsten waren die ersten Monate, als die russische Armee sehr nahe Richtung Kiew vorgerückt ist. Eine Schwangerschaft ist etwas, das man nicht aufschieben kann. Wir hatten jeden Tag Geburten und weil wir schweren Beschuss und ständigen Luftalarm hatten, wurden viele MitarbeiterInnen auch evakuiert. Nur ganz wenige MitarbeiterInnen sind geblieben, aber wir mussten uns trotzdem in gleichem Ausmaß um die Babys und Schwangeren kümmern. Vor dem Krieg hatten wir fünfmal mehr Angestellte. Die Klinik steht auch immer wieder in der Kritik, die Leihmütter nicht fair zu behandeln. Mit Ausbruch des Krieges zeigt sie jedenfalls öffentlichkeitswirksam, wie sie um das Wohl der Babys und Leihmütter besorgt ist und sie in Schutzbunkern in Sicherheit bringt. Das ist eine Päne, die vor allem in der Welt zu verabschieden. Eine weitere Challenge war die Panik unserer Leihmütter in den ersten Tagen des Krieges. Viele hatten Angst und wussten nicht, was sie tun sollten. Viele Schwangere waren in den Kampfzonen, viele von ihnen auch in den temporär von den Russen eingenommenen Gebieten. Das ist die Wahrheit, ich verheimliche da nichts. Wir mussten sie suchen und durften den Kontakt nicht verlieren, damit wir ihr weiteres Vorgehen koordinieren konnten. Und ich bin stolz darauf, wie das Team gearbeitet hat. Wir konnten alle Leihmütter aus den besetzten Gebieten evakuieren und haben kein einziges Baby und keine einzige Leihmutter verloren. Leihmutterschaft ist ein komplexer, teurer Weg zu einem Kind. Und sicher der umstrittenste. Und das nicht erst seit Kriegsbeginn. Als Wunscheltern sind in der Ukraine nur heterosexuelle, verheiratete Paare erlaubt. Ausserdem muss eine medizinische Bestätigung für die Unfruchtbarkeit der Frau vorliegen. Und der Vater muss mit dem Kind genetisch verwandt sein. Sonst gibt es wenig Einschränkungen. Wir kommen natürlich immer wieder in Kontakt mit Paaren, die das dann in Anspruch nehmen. Und ich glaube, der Hauptpunkt für uns ist einfach, dass man da als Arzt oder als Ärztin da schon ethisch an seine Grenzen stößt. Ab wann vielleicht Schluss sein soll, was vor allem auch vielleicht das Alter betrifft. Oder die Ausgangssituation. Ob es da nicht dann andere Möglichkeiten gibt, eine klassische Adoption oder so. Der Traum vom eigenen biologischen Kind kostet bei Biotex.com zwischen 40.000 und 65.000 Euro. Die Wunscheltern können aus verschiedenen Paketen wählen. Mit der VIP-Variante kann man sich sogar das Geschlecht aussuchen. Gibt es eine Grenze für den Kinderwunsch? Sophie ist das Geschlecht egal. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, selbst ein gesundes Baby auf die Welt zu bringen. Und dafür geht sie einen langen, kräftezehrenden Weg. Ich bin seit 2007 mit meinem Mann zusammen und sehr glücklich. Ja, und die Jahre vergingen und irgendwie, wir wurden älter und wollten unbedingt natürlich ein Kind haben. Mit 25 habe ich dann beschlossen, dass wir das jetzt starten, das Projekt. Und so, wie wir es sich erhofft haben, hat es leider nicht funktioniert. Genau. 2017 war dann der Moment, wo wir beschlossen haben, wir brauchen Hilfe. Unzählige Arztbesuche, unzählige gefahrene Kilometer, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum funktioniert es nicht? Warum passiert das nicht? Warum bekomme ich keinen Eisprung? Bis sie dann erstmals draufgekommen sind, nach vielen Tests, dass ich das polyzystische Ovarian-Syndrom habe, kurz PCOS. Und das Ganze gestaltet sich da einfach schwierig. Bis jetzt hat Sophie bereits zehn Versuche hinter sich. Zehnmal bekommt sie einen Embryo transferiert. Siebenmal wird sie schwanger. Doch es klappt nicht. Sophie erleidet sieben Fehlgeburten. Ich habe 2021, am 29. April, eine stille Geburt gehabt. Eine Woche davor hatte ich meinen 31. Geburtstag. Und die Schwangerschaft an sich war gesund, vital. Es war einfach alles gut. Aber leider am 27. April, ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, habe meinen Frauenarzt angerufen und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas stimmt nicht. Und tatsächlich war es so, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen. Ich war damals in der 15. Schwangerschaftswoche. Wir hätten einen Sohn bekommen, das konnten wir aufgrund Untersuchungen schon feststellen. Nur leider hat es leider nicht geklappt. Das Baby überlebt nicht. Und Sophie wählt nicht den Kaiserschnitt, sondern bringt es auf natürliche Weise zur Welt. Es ist eine stille Geburt. Still, weil der erste Schrei nach der Geburt fehlt. Ja, diese stille Geburt war eines der schlimmsten Dinge, die man erleben kann. Weil man hat ja doch Vorfreude auf das, was kommt. 15. Schwangerschaftswoche, die zwölfte Woche geschafft. Und ich wollte es eigentlich der ganzen Welt rausposaunen. Ich habe es endlich geschafft. Wir bekommen ein Baby. Dass das Baby nicht lebendig zur Welt kommt, hat nichts mit Sophies PCOS-Syndrom zu tun. Während der Schwangerschaft können in der Gebärmutter stark klebende fibröse Bänder entstehen. Im Extremfall wickeln sich diese Bänder um die Nabelschnur und verhindern den Blutfluss. Damit ist der Fötus nicht überlebensfähig. Statistisch gesehen passiert das in einer von 10.000 Schwangerschaften. Wie das dann quasi das Kind dann da war, war für mich so der erste Moment. Ich glaube, das war es jetzt. Ich glaube, das will ich nicht nochmal erleben. Das heißt, ich glaube, ich weiß, das will ich nicht nochmal erleben. Und ja, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, der Weg war steinig. Aber jetzt ist es vorbei. Ich muss nur eins dazu sagen, das war ganz schlimm. Aber mein Mann hat mir so viel Halt und Kraft gegeben, dass er mir gesagt hat, aber schau, wir sind so weit gekommen. Wir haben eine Schwangerschaft erreicht. Wir haben eine vitale Schwangerschaft erreicht. Wir hätten einen Sohn bekommen. Da war schon alles dran. Zehen, Ohren, Nase, alles war da. Und die Worte haben mir so viel Kraft gegeben, dass ich mir gedacht habe, ja, er hat vollkommen recht. Das stimmt. Das war unser Baby. Und wir haben uns dann Zeit genommen und den Sommer genossen und viel Schönes erlebt gemeinsam. Und dann kam die Kraft zurück. Und ich habe mir gedacht, so, und jetzt erst recht. Sophie und ihr Mann beginnen mit dem elften Versuch. Noch einmal die tägliche Dosis an Tabletten, Hormonen, Nahrungsergänzungsmitteln. Ich bereite quasi die Spritzen vor, die ich mir täglich verabreichen muss im Kinderwunsch, wenn ich eben in einem Versuch bin. Und ja, das ist so das, was ich täglich spritzen muss, um den Erhalt der Schwangerschaft zu erreichen. Ich habe einen Behandlungsplan von meiner Immunologin und von der Kinderwunschklinik bekommen. Und da steht genau drauf, was ich täglich brauche, was ich nur jeden zweiten Tag brauche. Ja, das ist richtig viel. Und das ist auch nicht die normale Kinderwunschbehandlung, sage ich jetzt mal, sondern das geht schon ein bisschen darüber hinaus. Aber ja, auch das nimmt man in Kauf, weil man halt sein Ziel erreichen möchte. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Gott sei Dank, aber irgendwo muss man auch ein gutes Ding finden, dass man nicht zu viel und auch nicht zu wenig macht. Der unbedingte Wunsch nach einem Kind bringt hohe Kosten mit sich. Lela und ihr Mann haben für ihre erste Schwangerschaft 13.000 Euro ausgegeben. Zahlreiche Untersuchungen, Medikamente und Spritzen waren nötig für das kleine Wunder. Nicht alles wird vom staatlichen IVF-Forum bezahlt. Dieser unterstützt finanziell bei einer Behandlung in einer Kinderwunschklinik. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur vier Versuche. Zum finanziellen Aufwand kommen die körperlichen Strapazen. Die Hormone stimulieren die Reifung der Eizellen und lösen den Eisprung aus. Mit Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen. Man kann sich es überhaupt nicht vorstellen, am Anfang schluckt man ein paar Pillen hier, ein paar Pillen da, man stimuliert dort, man probiert jenes aus. Aber es sind Hormone. Es sind einfach Wirkstoffe, die was mit deinem Körper machen. Und man merkt es. Das kann, glaube ich, ein Mann, der doch eine sehr stagnierende Hormonbasis hat, vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Bei uns hat es schon immer wieder mal ordentlich gefetzt. Die Sehnsucht nach einem Kind kann für eine Partnerschaft herausfordernd sein. Man träumt halt einfach von dem typischen Klischee, sag ich mal, heiraten, Haus bauen und dann Kinder kriegen. Und wir kommen beide aus einer intakten Familie und wir sind Familienmenschen durch und durch. Und natürlich will man das dann auch so weiterführen in Zukunft. Leonie und Stefan haben sich als Paar bereit erklärt, über ihren Weg zu sprechen. Sie möchten aber unerkannt bleiben, da beide für ihren Beruf in der Öffentlichkeit stehen. Als sie erstmals versuchen, ein Kind zu bekommen, passiert während der ersten Monate nichts. Leonie und Stefan sind da beide noch unter 30. Natürlich macht man sich Gedanken, warum es nicht funktioniert und man sucht dann nach Gründen. Und das Erste, was man macht, ist, dass man das Handy in die Hand nimmt und beginnt zu googeln. Woran könnte es liegen? Und da haben sich hunderttausend Dinge aufgetan. Und irgendwie haben wir dann eben gemeinsam geredet. Und ich bin dann eben zum Spermiogramm geschickt worden. Das war der erste Anlaufpunkt. Viele Männer wissen ja gar nicht, dass die Ursache fast 40 bis zu 50 Prozent auch auf der männlichen Seite liegt. Jeder glaubt, er ist der große Stier. Dass es nicht so ist, das hat ja schon mal, das war mal eine Untersuchung, da hat man Leute aus der Kaserne, also bei der Armeezeit untersucht. 200 Leute, es sind ungefähr fünf übrig geblieben, die sich geeignet hätten, Samenzellen einzufrieren. Fünf. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Der Grund für den unerfüllten Kinderwunsch liegt also genauso oft beim Mann wie bei der Frau. Vielfach wird jedoch nur die Frau untersucht, der Mann erst viel später. Und Fruchtbarkeit wird oft als weibliches Thema angesehen. Es ist nach wie vor natürlich der Kinderwunsch und im Speziellen natürlich auch der männliche Partner im Kinderwunsch nach wie vor ein Tabuthema. Ich betreue ja schon sehr, sehr lange Kinderwunschpaare. Und es hat sich Gott sei Dank stark verändert. Die meisten Männer sind bereit, eben gleichzeitig eine Untersuchung zu machen, weil die Untersuchung bei den Männern ja relativ einfacher ist. Man hat ja relativ rasch dann ein Spermogramm, einen Samenbefund. Wobei man sieht natürlich bei den Männern sehr oft, dass sie sehr traurig sind, wenn sie dann erfahren, dass die Samenqualität eingeschränkt ist. Wenig drüber sprechen wollen, auch eigentlich relativ wenig mit dem Arzt drüber reden wollen. Und schon gar nicht mit den Freunden und Verwandten. Auch in der Recherche zu diesem Film macht sich dies bemerkbar. Kein Mann möchte öffentlich über den Kinderwunsch und eine mögliche Unfruchtbarkeit sprechen. Online findet man kaum Selbsthilfegruppen oder einen Austausch Betroffener. Stefan ist einer der wenigen, der sich dazu bereit erklärt, seine Geschichte zu erzählen. Denn sein Spermiogramm zeigt zunächst kein gutes Bild. Ja, natürlich ist man geschockt am Anfang. Oder man kennt sich überhaupt nicht aus, was macht man eigentlich mit 29 Jahren dort in einer Kinderwunschklinik, wo man eigentlich denkt, man ist durch und durch gesund. Und beim Spermiogramm ist eben dann herausgekommen, dass die Spermien irgendwie von der Bewegung her eingeschränkt sind. Und man versteht das eigentlich von Beginn an nicht, weil man ernährt sich ansatzgesund. Ich rauche nicht, ich trinke wenig Alkohol. Und irgendwie habe ich mir das nicht erklären können. Pro Ejakulation hat ein Mann an die 50 Millionen Spermien. Bei einem schlechten Spermiogramm sind die Menge, Bewegung und das Aussehen der Samen nicht zufriedenstellend. Man sieht hier sehr eindeutig, dass eben die Dichte der Samenfäden doch deutlich reduziert ist. Dass auch viele Samenfäden nur am Ort herum liegen, sich nicht vorwärts bewegen. Und auch teilweise die Morphologie des Aussehens, nämlich ein Samenfaden besteht aus einem Kopfanteil, einem Mittelstück und einem Schwanz. Dass eben Deformierungen vorhanden sind, dass vielleicht zwei Köpfe da sind, dass der Schwanz fehlt, der Schwanz zu kurz ist. Und diese Parameter werden von unseren Biologen, Biologinnen im Labor eben beurteilt. In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Samenqualität der westlichen Männer um ungefähr 50 Prozent reduziert. Die Forschung zu den Ursachen ist allerdings oft noch unzureichend. Wenn das so einfach wäre, könnte man ja dann auch relativ einfache Therapien vielleicht anbieten. Aber so einfach ist es nicht. Es sind vielfältige Ursachen. Das ist einerseits das Rauchen. Das ist der Alkoholkonsum. Das ist die minimale Bewegung, die wir alle tun. Ernährungsgewohnheiten, Übergewicht. Oder wenn man zum Beispiel ganz heiß badet, dann wird der Hoden so stark erwärmt, dass die Samenproduktion fast sogar irreversibel geschädigt ist. Das heißt irreversibel, es kommt auch nicht wieder. Die Weichmacher, ein ganz ein wichtiges Thema. Konservierungsstoffe. Weichmacher finden sie im Bodenbelegen, in dem Kugelschreiber, den ich angreife, auf vielen Gummiteilen, im Auto. Bei den Kindern fängt das ja schon an, bei dem Spielzeug. Stefan hat seine Diagnose nicht einfach so hingenommen. Er wollte etwas tun und verzichtete ein Jahr lang ganz auf Alkohol. Sein Spermiogramm verbesserte sich daraufhin um fast 100%. Auf diesem Video ist es wirklich nicht schwer zu erkennen, dass ein normales oder fast normales Spermiogramm eigentlich vorliegt. Wir haben eine entsprechende Dichte. Die Samenfäden bewegen sich wirklich in alle Richtungen. Und auch die Morphologie des Aussehens der Samenfäden ist unauffällig. Das heißt, man sieht, dass es einen Sinn macht, eine entsprechende Therapie einzuleiten, nämlich die Lebensweise zu ändern, vielleicht ein paar Kilo zu verlieren, den Nikotinkonsum zumindest zu reduzieren. Optimal wäre natürlich das Rauchen in der Zeit aufzugeben, weniger Alkohol zu trinken. Vielfach wird auch nicht richtig über das Thema aufgeklärt. Es ist auch extrem wichtig, dass man, wenn man in einem Kinderwunschzentrum vorstellig ist, auch erklärt bekommt von den Ärzten, von den Biologen, wie eine Samenabgabe richtig stattfinden soll, wie lange die Karenzzeit davor sinnvoll ist. In den Köpfen ist er mittlerweile noch möglichst lange, den Samen aufzusparen, um dann ein möglichst gutes Spermiogramm zu erzielen. Das ist nicht richtig. Das heißt, man weiß, dass eine Karenzzeit, also kein Geschlechtsverkehr, zwei bis drei Tage davor optimal ist. Trotz dem verbesserten Spermiogramm von Stefan funktioniert es nicht. Ein Baby bleibt weiter aus. Parallel werden auch bei Leonie Untersuchungen gemacht. Ich bin jung. Warum brauche ich ein IVF? Ich brauche kein IVF. Ich bin nicht 40, 45 Jahre alt. Mir war nicht die Karriere wichtiger. Ich bin immer gesund gewesen. Es passt eigentlich bei mir alles. Es waren nie irgendwelche Auffälligkeiten. Ich trinke überhaupt kein Alkohol. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Was soll bei mir sein? Es war dann schon ein bisschen, ja, eigentlich wie ein Schlag auf den Kopf, dass es mit dir stimmt was nicht. Das war irgendwie so, ja. Und wenn man dann halt googelt, dann wird das Ganze eigentlich noch schlimmer. Man macht sich wahnsinnig. Ein unerfüllter Kinderwunsch schmerzt. Vielen im Umfeld ist nicht bewusst, was der stetige Wechsel zwischen Hoffnung und Enttäuschung auslöst. Und wie sehr dieser auch psychisch belastend ist. Diese Sehnsucht nach einem Kind, die kann man, glaube ich, erst wirklich nachvollziehen, wenn man in der Situation ist. Dieser Prozess. Alle rund um mich werden schwanger. Ich bleibe über. Ich habe keine Kinder wegen sehen können. Keine schwangeren Frauen. Es war jedes Mal dieses, warum die und wir nicht. Das macht einen einsam und man fühlt sich verloren. Alleine. Ich kann wieder nicht damit mitreden. Oder man wird dann von allen möglichen im Familienumfeld angesprochen, na wann ist denn bei euch so weit, weil ihr seid ja jetzt doch schon verheiratet. Und wenn dann halt immer wieder Fragen kommen, aller, naja, jetzt bist du aber auch schon, weil du bist ja nicht mehr die Jüngste. Und man weiß auch schon oft gar nicht, wie man sich da verhalten soll, ja. Wenn man einfach rausgehen könnte und sagt, ja, wir haben einen Kinderwunsch, bitte glotzt mir jetzt aber nicht jedes Mal auf den Bauch. Bitte hört auf mich zu fragen, warum ich keinen Alkohol trinke. Wenn die das verstehen, das wäre so toll. Dann hat man viel weniger Druck. Zu den Fragen kommen Ratschläge. Viele Ratschläge. Zum Beispiel so, ja, na, du musst loslassen, weil ich kenne da das Paar, das hat dann aufgehört mit dem Kinderwunsch und plötzlich sind sie schwanger geworden. Entspannt euch, dann passiert sicher. Du hast so viel Stress, wenn du dich nicht entspannst, dann kann das nichts werden. Ganz ehrlich, wenn es einfach nur ein Urlaub oder Stressreduktion wäre und es funktioniert dann, dann fahre ich übermorgen wieder auf Urlaub. Kein Problem, aber das ist es nicht. Es ist der Körper, der einem die Grenzen aufzeigt. In Kiew warten die Leihmütter auf die nächste Untersuchung. Ein Ultraschall, um nachzusehen, ob die Entwicklung des Babys gut verläuft. Olena hat bereits einen zwölfjährigen Sohn. Jetzt ist sie im sechsten Monat. Es ist ein Mädchen. Ah, sie dreht sich weg. Mädchen neigen dazu, sich beim Ultraschall mehr zu verstecken. Olena, hast du das Baby schon gesehen? Ja, es ist wunderbar. Unbeschreibliche Gefühle. Olena ist bereits zum vierten Mal Leihmutter. Bei der ersten Schwangerschaft war ich mental nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, alles würde ein bisschen anders sein. Bei den weiteren Schwangerschaften hatte ich Kontakt mit den Wunscheltern. Das war dann viel leichter für mich, weil ich wusste, was für Menschen sie sind. Für Eltern aus Spanien, den USA und Italien hat die 36-Jährige bereits ein Kind ausgetragen. Dieses Baby ist für Eltern aus Deutschland. Wenn der Kontakt zu den Eltern schon während der Schwangerschaft besteht, ist es für mich emotional viel leichter, auch wenn ich weiß, dass das nicht mein Kind ist. Aber ohne diesen Kontakt habe ich Angst, das Kind in die Hände von Leuten zu geben, die ich nicht kenne. Dass ich nicht weiß, wie es dem Baby gehen wird, wo es ist, das ist einfach meine größte Sorge. Die Entscheidung, ob eine Kommunikation mit der Leihmutter stattfindet oder nicht, kann nur aktiv von den Wunscheltern kommen. Eine Voraussetzung, um Leihmutter in der Klinik zu sein, ist, die Frauen müssen bereits selbst ein eigenes Kind haben, damit sie wissen, was sie bei einer Schwangerschaft und Geburt erwartet. Natürlich spreche ich mit dem Baby. Es ist eine Form von Liebe, aber keine Mutterliebe, egal wie man es betrachtet. Das Baby ist ein grosser Bestandteil von mir in diesem Jahr und es gibt natürlich auch immer Gefühle. Bezahlen Wunscheltern zwischen 40.000 und 65.000 Euro für ihr Kind, geht der Grossteil dieser Einnahmen an die Klinik. Eine Leihmutter bekommt laut Angaben der Klinik 22.000 Euro, das Sechsfache eines durchschnittlichen ukrainischen Jahresgehalts. Der volle Betrag wird aber nur bei der Geburt eines gesunden Babys bezahlt. Wie soll ich sagen? Mit dem Ausbruch des Krieges habe ich meine Arbeit verloren. Und ich muss meine Familie ernähren. Vielleicht wäre ich ohne Krieg etwas später als Leihmutter in die Klinik gekommen. Aber ja, meine Schwangerschaft wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Ich versuche, einen stabilen, emotionalen Zustand aufrechtzuerhalten, denn es gibt keinen anderen Weg. Wir versuchen, stark zu bleiben. Religiöse Menschen sagen, dass ich eine Sünde begehe. Andere sagen, dass ich die Babys verkaufe. Das stimmt aber nicht. Das Geld ist eine Entschädigung für die Zeit und alles, was damit einhergeht. Ich sehe es so. Manche Paare versuchen seit Jahren, ein Kind zu bekommen und schaffen es nicht. Und ich mache sie mit dem Kind sehr glücklich. Es war nicht leicht, Wunscheltern für ein Interview zu finden. Niemand wollte öffentlich darüber sprechen. Eine Wunschmutter aus Italien, die gerade vor Ort auf ihr Baby wartet, gibt uns dann doch ein Interview. Sie möchte aber unerkannt bleiben. Die Gefühle sind sehr durcheinander. Zuerst findet man heraus, dass man nur eine halbe Frau ist, weil man keine Kinder bekommen kann. Und dann lernt man jemanden kennen, mit dem man eine Familie gründen möchte. Aber du hast dieses Problem. Es geht nicht. Dann wird man wütend. Und dann bekommt man die Chance, in neun Monaten ein Baby zu bekommen und eine klassische Familie zu gründen. Das sind dann unglaublich starke Emotionen. Zu Hause ist bereits alles für das Kind vorbereitet. Seit fünf Jahren wartet das Paar auf eine Adoptionsmöglichkeit in Italien. Doch nichts passiert. Also wählen sie den Weg der Leihmutterschaft und wählen, auch aufgrund der vergleichsweise niedrigen Kosten, die Klinik in der Ukraine. Trotz Krieges. Denn in den USA kostet eine Leihmutterschaft ab 100'000 Dollar aufwärts. Natürlich, der Krieg ist beängstigend, aber ich stehe in ständigem Austausch mit der Leihmutter. Sie versichert mir, dass es in ihrer Stadt keine Kampfhandlungen gibt, dass alles in Ordnung ist und sie und ihre Kinder in Sicherheit sind und es keinen Grund gibt, das Land zu verlassen. Bereits vor Ausbruch des Krieges hatte die Italienerin schon einmal die Klinik besucht. Doch beim ersten Versuch hat die ukrainische Leihmutter eine Fehlgeburt. Der zweite Versuch startet dann nach Ausbruch des Krieges. Seit ich jetzt in die Ukraine gekommen bin, habe ich die Leihmutter zweimal getroffen. Wir hatten auch davor schon Kontakt, weil ich mir noch mehr Sorgen gemacht habe als die Leihmutter. Sie hat mich immer getröstet und gesagt, dass alles in Ordnung ist. Wir werden auch ganz sicher nach der Geburt des Kindes noch in Kontakt bleiben. Ich kann es jedenfalls nicht erwarten, mein Baby in den Händen zu halten. Es ist wohl der enorm grosse Wunsch nach einem Kind, der oft moralische Bedenken und selbst Bedrohungen wie einen Krieg in den Hintergrund rücken lässt. Wieder zurück in Österreich. Auch Leila kann es nicht erwarten, ihr zweites Baby in Händen zu halten. Nach mehreren Versuchen und zwei Fehlgeburten ist auch ihr erstes Kind mit Hilfe einer Kinderwunschklinik entstanden. Heute startet der erste Versuch für Baby Nummer zwei mit der Eizellenentnahme. Normalerweise begleitet Leilas Mann sie zu allen Terminen. Aus beruflichen Gründen ist das nicht möglich. Leila hat deshalb die Samenprobe in einem Spezialbehälter mitgenommen. Auch wenn sie die Abläufe in der Klinik bereits kennt, ist es trotzdem immer wieder nervenaufreibend. Man entblößt eigentlich sein komplettes Leben in dieser Klinik. Man gibt so viel Preis. Ich meine, dieser Wunsch nach einem Kind ist etwas so Intimes. Und man muss einfach fremden Leuten sagen, bitte helft uns, wir kriegen es einfach nicht gebacken. Dr. Sator führt die Klinik gemeinsam mit seiner Frau. Beide haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Reproduktionsmedizin. Sind Sie gut angekommen im Kinderwunschzentrum? Alles frei. Perfekt. Heute ein wichtiger Tag im Abschnitt, nämlich die Eizellentnahme. Ja. Sie sind nüchtern? Ja. Keine Allergien? Gut, dann nehmen wir Sie mal Platz. Die Empathie steht ganz an erster Stelle bei der Zusammenarbeit. Und es ist eine Zusammenarbeit. Also es ist zwar natürlich schon so, dass mir Ärzte oder das Team natürlich vorgibt, welche Behandlung sinnvoll ist. Aber jede Patientin, jedes Patientenpaar muss sich eigentlich einklinken. Wir können Ihnen den Wunsch nur erfüllen, wenn Sie mitmachen, wenn Sie es richtig machen. Und wir sind eigentlich auch nur erfolgreich, wenn das Paar richtig mitarbeitet. Ihr Baby wird von einer guten Freundin abgeholt. Sie passt auf, damit Lela sich vorbereiten und ganz auf die Eizellenentnahme konzentrieren kann. Ein bedeutender Moment im Kinderwunschprozess. Jetzt gerade ist es ein bisschen aufregend. Also jetzt nicht irgendwie negativ behaftet, ganz im Gegenteil. Es ist mehr so eine euphorische Panik. Man weiß ja jetzt schon, was auf einen zukommt. Also vom letzten Mal. Guten Morgen. Hallo. Es ist der Moment der Wahrheit. Denn jetzt wird sich zeigen, ob die Stimulation mit Spritzen und Tabletten gewirkt hat und sich genügend Eizellen gebildet haben. Wunderbar. Gut. Das heißt, ich hole dich dann und in ein paar Minuten starten wir uns. Herzlichen Dank. Danke. Gerne. Es geht einem alles und nichts durch den Kopf. Wir wissen ja vom Ultraschall, dass was da ist. Jetzt hoffen wir halt einfach auch nur, dass in jedem Follikel ein Ei drin ist und die auch reif sind und die sich befruchten lassen. Und ja, das große Zittern geht dann, glaube ich, erst los, wenn ich auch wieder nach der kleinen Narkose wieder voll da bin und zum Hören, wie viel haben wir und wie schaut es aus. So. Okay, Lila, jetzt kriegst du die Sauerstoffmaske, Kopf in die Höhe. So. 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 Du wirst jetzt auch nicht sein. Wunderbar. Gut. Du weißt das eh. Das heißt, du wirst jetzt da noch schön einschlafen. Die Hand legst du mir da einfach ganz gemütlich da nebenhin. Also ich fang jetzt mit der Sedierung an. Du wirst die ganze Zeit normal atmen, ja. Sauerstoff kriegst du durch die Maske, brauchst keine Angst haben. Und wir starten jetzt, gell. Du wirst jetzt dann relativ flott müde werden. Wunderbar. Und vom Schmerzmittel wird er dann ein bisschen schwindlig sein, gell, wenn du mutter wirst. Schon müde? Ja, ich schon. Geht schon los. Könnt schon beginnen. Das Prinzip der Eizellentnahme ist dem Prinzip einer Blutabnahme sehr ähnlich. Wir stechen mit einer sehr, sehr dünnen Hohlnadel direkt durch die Scheide, Ultraschall gezielt, in die Eibläschen, in den Eierstock und saugen die darin enthaltene Flüssigkeit ab. Die Flüssigkeit gelangt dann sofort mittels einem Schlauchsystem in Laborröhrchen und die Flüssigkeit wird dann sofort im Anschluss von unseren Biologinnen begutachtet und dann mit dem Mikroskop und nach Eizellen abgesucht. Idealerweise versucht man mit einem Stich möglichst viele Eibläschen hintereinander aufzufädeln. Ein Eingriff dauert circa vier bis fünf Minuten. Für die Ärztin ein Routine-Eingriff. In der Regel werden pro Eingriff fünf bis 15 Eibläschen abgesaugt. Für Lela heißt es jetzt langsam wieder aufwachen. Hallo. Hallo. Und wie geht's? Alles gut. Hast du gut geschlafen? Wunderbar. Super. Hast du schönes geträumt? Super. Perfekt, super. Ist das schlecht oder irgendwas? Alles falsch. Schwindelig? Nix. Perfekt, super. Ich komme dann später nochmal Blutdruckmesser vorbei. Und wenn's dir gut geht, dann übergebe ich jetzt mal die Hermine zum Abschlussgespräch und kannst noch mal ein bisschen unterliegen bleiben. Dann kommen wir nochmal vorbei. Danke, Thomas. Gerne, gerne. Eingriff ist sehr gut verlaufen. Wir haben insgesamt zehn Eizellen gewonnen. Eine sehr schöne Anzahl. Die werden heute Nachmittag versucht zu befruchten. Und morgen kriegen sie eine telefonische Info vom Labor, wie viele Eizellen befruchtet sind. Und ansonsten sehen wir uns am Tag fünf zum Einsetzen vom Embryo. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nein, alles klar soweit. Perfekt. Wunderbar. Zehn ist eine unfassbar gute Zahl. Wir haben beim ersten Versuch drei gehabt. Also es ist wirklich super. Und jetzt ist es nicht mehr in meiner Hand. Wir können noch warten und schauen, was passiert. Sie sind hier ein super Team, also was soll sein. Aber jetzt ist halt echt zart. Jetzt muss man sich ablenken. Ja, die Wartezeit ist mit Abstand eines der schlimmsten Sachen, muss ich gestehen. Die Gedanken, die Ängste, das kommt alles ständig wieder ins Bewusstsein. Der schwierigste Teil ist das Warten auf ein positives Ergebnis. Wenn die Eltern warten, wenn man selber auf das zu lang ersehnte Baby wartet. Das ist die schwerste Zeit. Ich habe die gleichen Gefühle wie eine Leihmutter. Auf der einen Seite habe ich Angst, weil ich mir Sorgen mache, ob bei der Geburt alles gut gehen wird. Auf der anderen Seite ist es pure Freude, weil es mein erstes Kind ist. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Das war meine erste Kind. Bis zur Fertigstellung des Filmes haben die österreichischen Paare, die wir mit der Kamera begleitet haben, noch darauf gewartet, dass der Embryo sich einnistet. Dass sich endlich diese zwei Striche am Schwangerschaftstest zeigen. Ich finde es irrsinnig wichtig, dass man über unerfüllten Kinderwunsch spricht. Ich habe mir damals nicht ausmalen können, wie viele Frauen oder Paare davon betroffen sind. Und habe mir damals gedacht, oh Gott, ich stehe so alleine da. Ich bin total unnormal. Ich bin seltsam. Man glaubt immer, dass ein Kind kriegen ist so einfach. Aber wenn man dann ein bisschen nachforscht, man merkt eigentlich, es geht extrem vielen so. Wahnsinn. Wie viele Frauen gibt es eigentlich? Wie viele Paare stehen genau da, wo ich bin? Nur keiner redet darüber. Und das ist das große Problem. Die Kinderwunschklinikpaare, man erkennt sie auf der Straße nicht. Du hast nicht ein Brandmal auf der Stirn, wo draufsteht Kinderwunschklinik. Du bist einer von vielen. Und wer das ist, das kann deine Nachbarin sein, die es dir vielleicht nicht erzählt. Es kann eine Arbeitskollegin sein, die halt öfters im Krankenstand ist. Man sieht es den Leuten nicht an. Ich möchte gerne allen da draußen irgendwie erzählen, dass wenn der Kinderwunsch da ist und noch nicht in Erfüllung gegangen ist, einfach den Mut haben, mit dem Partner den Weg zu gehen in die Kinderwunschklinik, weil es passiert. Und es passiert, wenn man fest fest dran glaubt und wenn man dran bleibt und sich einfach auch nicht unterkriegen lässt. Musik Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen.